ja hallo und herzlich willkommen nein es ist kein super nintendo spiel ich teste gerade mal aus reinem joke mal einen kleinen hack das mir mal von sonic 588 mal geschickt wurde er hat zu mir gesagt hey hör mal hier teste mal aus ich hab dann mal gedacht okay mach ich mal also ich weiß jetzt nicht was da auf mich zukommt ich ja erstmal testen diesen mario hack wie der name heißt von diesem hack das weiß ich nicht ich werde den namen später noch herauszinden der heißt ich soll einfach nur mal kurz mal antesten was hier so auf mich dauert ich hab so ein ganz mulmiges gefühl an der sache naja wir testen das mal einfach mal so er hat zu mir gesagt level 1 hat er nur gemacht jetzt den zweiten hat er glaube ich nicht gemacht gucken wir mal einfach jetzt mal hier rein so und ja lecker sagt schon gut an ja so fängt man natürlich nicht an aber es ist schon mal gut ich habe ich habe schon ein klein bisschen gedacht ich achte hier auf invisible coinblocks deswegen so japp bapp bapp ahaha du kleiner Satist ich hab's geahnt da sind sie doch aber hey okay das ist eine kleine sicherung aber ein kleiner kleiner so ach so äh wir kippen hier auf den save state test ist ahja geht das save state so ich werde mal weiter gehen THERE OREN VERDAMNTER SACK OUm OHHH Ah man! Komm! Da da da! Wo war einer der jetzt hergekommen?! Ey das Spiel ist doch verhext jetzt! Was ist das?! Mein lieber Freund, du machst dir gerade mit diesem Heck bei mir nicht gerade Punkte bei mir. Ach komm schon. So, ich jetzt. Ich hab keinen Bock da drauf neu zu wiederholen. Ja, weck deinen Asch da oben, du Affe. Könnte ich... Moment mal, ich probier mal was aus. Ich muss mal was ausprobieren. Wir haben hier schon los'n... Huij. Wuh-h-h-h-h-h-h-h. Woh-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Erzt vergessen! Er greift mich ja noch an. Ah-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. UUUUUH! Kameru, Sackgesicht Du Penner, hab da doch stehen So, hier Gehen wir auch mal in Safe State Ich deswegen auch Wie willst du denn dazwischen kommen? Hm Was ist das denn für eine haargenaue Scheiße hier? Das Level ist sadistisch Die Szene sind echt sadistisch Okay Ja Zum Glück hab ich den jetzt gesetzt Mann Du bist doch ein Mein Gott, bewegt deinen Arsch doch da hoch Ey Mein Gott Jetzt steh ich mich doof an Haha Moment Hm Hm Oh, nice Ey, wie willst du denn dazwischen schaffen? Ey, wie geht dat denn? Das schaffst du doch nicht Das ist doch echt Also, okay, dat ist jetzt Wie soll ich denn da hochkommen? Hä? Hör mal, du Sackgesicht Ich warne dich Ich, dat lad ich dir extra hoch Ich nehm ja gerade Nass dich noch auf Wie willst du hier weiterkommen? Ohne Scheiß Das ist doch zum Kotzen Wie Naja, ich hab dat mal für mich Ich hab keinen Bock, den jetzt noch weiterzumachen Ähm, ja Nice Nice Ähm, Anfang für deinen ersten Hack Ich werde mich mal Überraschen lassen, was als nächstes davon herkommt Dann Wir sehen uns in den nächsten Parts Schon mal bei den nächsten Starroad Parts dann, ne? Wir sehen uns dann Bis dann, ciao So, nochmal ganz kurz zurück hier wieder Ja, ich hab ihn gerade mal angeschrieben Und hab ihn gefragt Ähm, sag mal, wie komme ich denn noch hochkeule? Ähm, ja Dann hätten wir gesagt Ja, musst du hochlaufen Hä? Wie hochlaufen? Dafür ist die Rampe da Okay Probier ich mal aus Ähm Hm Okay Lalalalalalalalalalala Ah, scheiße Na? beim dritten mal katz da war ein tipp ins klo dubido mach mario hab mich jetzt erschreckt das ist irgendwie versafelt ach puh so nochmal m so geht das Mamma mia ja 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 ich trau das nicht ich kenn ihn ich hab's gehört du bist doch ok geraft hä ach komm mario schlampe mario schlampe obwohl so geht das soll auch nicht verdammt pass mal auf ach komm jetzt steh ach gott jetzt komm ach komm streng dich an junge malalala 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 ich könnte so ins gesicht diese verdammten scheiß coimblocks ja komm ach komm bing bong bing bong schlampe bing bong schlampe bing bong bing bong bing bong bing bong bing bong 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 bing bong bing bong bing bong bing bong oh komm bing fick dich bing bong bing bong bing bong bing bong bong ey stell mich jetzt auch echt doof ein Entschuldigung mann kurva malalala scheiße mein Gott ey leute was hat er mit of Spain gemacht und mich richtig zu strafen weil er weiß ich hasse auch irgendwie's auch coin blocks ich setz das save sisted an ehemnde ich dumme Nuss CMN La 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 mein Gott, da warst du zu früh! Bing... BONG! What the fuck, jetzt geh wieder zurück! Bing, bong, bing, bong, bing, bong, bing, bong, bing, bong, bing, bong... He! Ist doch nicht wahr! Hm, da fällt mir die Liste ein! Oder auch nicht! Warte, warte, vielleicht könnte ich es nicht... Warte mal, ich hätte da... Man, fick dich! Ja, ich bin auch desalabiert. So geht das! Mh-mh-mh-mh-mh! Sooo... Bah, ich hab doch seinen Kopf berührt! Ey, klar Mario Ach, ne Ey So, geh mir nicht auf die Nüsse So Nochmal jetzt Dieser Scheiße Wir sind mit Coinblock Ich schwör hier Schreib mich heute für erstes mit meinen Skype an Das ist ein Scherz Boah Das ist doch nicht dein Ernst Hahaha Scheiße Hui Ah Mach halt die Fresse Geh mir nicht auf Eier Boah Komm schon Mein Gott Oh 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 komm schon Ach halt die Fresse, Mann Geh mir auf den Keks Du musst beruhigt sein Concentration Meine Güte, Junge Meine Güte, Junge Verpiss dich, Mann Piss dich, Mann Mal auf jetzt Bam So geht das jetzt Verpiss dich Wenn ich mich versafestate habe Ist mir das jetzt gerade Wurst Puh Ach komm Ach komm schon Hübs Zwei Sorry Leute Ich kriege hier gerade wieder einen So Ey, am letzten Fick dich mal Ey, das ist doch nicht so schwer, Junge Ja, okay Wenn man einen kleinen Aufladenbildschirm hat Auch hier Muss mir nicht machen Nix mal Vollbilds Ich will es Sonic 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 I'm kicking you ass WTF So Hehehe So, da war der erste Testlevel von Sonic 5 Oh, 8 Ich mach jetzt mal kurz einen Cut Dann muss ich ihn erstmal Gleich mal kurz nachschneiden Und mal Skype anschreiben So, bis dann Heute, Mann Tschau